Hi Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Tangiers New Lemon Alm zum Aussehen. Schön schwarz, grob geschnitten. Wie eigentlich alle Tangiersorten. Schön feucht auch. Zum Geruch. Schön zitronig, limetig, mit einer süßen Unternote. Sehr angenehm für Leute, die Zitrusfrüchte mögen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wirklich schön limetig. Zum Rauch, also zum Setup sage ich kurz. Es ist mein Ami Setup wieder in Small Funnel Bowl in der Shisham NG. Drei Viertel Kokotchas drauf und ein und ich rauche mit meinem Egelglas Schlauch zum Rauch. Ja, schön dicht, die ihr sehen könnt. Nicht eigentlich von Tangiers auch gewohnt ist. Bei dem ist er etwas dichter als jetzt beim Blue Gum Ball. Weiß es nicht, mag es vielleicht sein, dass ich bei drei Viertel Kokotchas dann schon mit dem Windschutz rauche. Ja, zum Geschmack. Ja, schön limetig, frisch, mit einer angenehmen Süße. Er ist nicht zu sauer. Erinnert mich wirklich an gesüßten Limettensaft. Ist sehr identisch. Ein Top-Tabak. Auch diesmal wieder 10 von 10 Punkten. Es gibt nichts an dem Tabak auszusetzen. Die Stärke ist auch angenehm. Also man wird nicht ganz weggehauen. Klar hat man einen leichten Bass, wie bei Tangiers üblich. Aber er ist gut. Also von mir eine klare Kaufempfehlung. Soviel für heute. Haut rein. Bis dann. Eier Ladur.